So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier in Rosen, ich wollte gerade Rosenland sagen, in Sunkenland. Yes, herzlich willkommen auf der Radiosenderinsel. Schön, Flo, dass du deine Projekte durcheinanderbringst. Ja, oder? Ja, absolut. Oh, wir werden schon wieder angegriffen. Wir sind gerade dabei, diesen wunderschönen Ort zu erobern, wie ihr seht. Noch semi-erfolgreich, aber wir geben unser Bestes. Sollen wir uns hier links mal durchschlagen? Hm, da war ich vorhin auch schon. Ich wollte hier einen Grill platzieren, weil ich Hunger habe. Aber ich kann leider nicht auf feindlichen Boden bauen. Scheiße. Ich habe zumindest zwei Krabben. Ich könnte hier... Ich habe zwei Jakobsschmuscheln gegessen. Okay. Alter, guck mal, wie viel... Da wird eine Menge zu looten sein, da unten. Ja, safe. Ich würde mir halt echt ein bisschen Sorgen um meinen Hunger. Boah, Pfeil, Pfeil. Boah, Alter, wie viele. Ach, du Kacke. Scheiße. Nee, wenn, dann müssen wir uns von vorne durcharbeiten. Ja, auf jeden Fall. Viele. Boah, sollen wir nochmal... Sollen wir wieder abhauen? Wir kennen auch nicht jede Folge, die wir beginnen auf dieser Insel. Boah, wird da viel auf uns geballert. Spinnst du? Ah ja, das ist fast eine Salve. Ja, die sind jetzt alle alarmiert. Ja, ja, die haben richtig Bock. Das ist jetzt schwierig, ja. Wir haben uns alle jetzt gesehen, weil wir oben langgegangen sind. Oh, hier ist noch eine Krabbe. Guck mal, hier ist wenigstens schön friedlich. Ja. Wir können auch mal auf der anderen Seite probieren, ob wir da durchkommen. Andere Seite? Ja, auf der rechten Seite. Ob wir da irgendwie weiterkommen? Gucken wir mal. Oh, das ist noch eine Krabbe. Ja, die stillt zumindest den Hunger ein bisschen. Ja, theoretisch sind da draußen ein paar Meerlins, die man jagen könnte. Oh, kommen wir da oben durch? Nicht, oder? Ach da, bei der Lücke. Nee. Hm. Vom Spiel leider nicht so gewollt. Also wir können ja hier die Meerlins jagen, äh, dann vielleicht nochmal nach Hause was zu essen machen und dann wieder herkommen. Können wir machen, ja. Machen wir so. Weil das wird eh Schritt für Schritt hier, das ohne Nahrung und Co. ist... Oh, scheiße, wir frieren. Oh, scheiße. Warte, 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 lass uns mal da schnell zu der Fackel hingehen. Das müsste doch reichen, oder? Theoretisch? Nee, reicht nicht. Wir sterben, Floki. Feuer können wir auch eins bauen, oder? Nee, es ist leider kein freundliches Gebiet hier. Auch kein Feuer? Ja, aber wir haben doch auch Kleidung an. Ja, zu wenig. Ich weiß auch nicht, wo man hier... Okay. Hat uns wieder verlassen. Ja, aber irgendwie sterben tue ich jetzt nicht. Es geht anscheinend. Wie ist es bei dir? Bei der Fackel hier? Bei der Fackel hier geht es tatsächlich. Ja. Ja, toll, jetzt kommen wir ja trotzdem nicht weg. Scheiße. Und die sehen uns immer wieder und dann sehen sie uns doch nicht mehr, so. Ja. Na gut, Digga, jetzt sitz mir. Naja. Ich probiere jetzt mal kurz aus, wenn ich mit der Fackel rumlauche. Geht das auch? Also ins Wasser können wir auf jeden Fall nicht. Wenn ich jetzt da ganz nah an die Mauer hinlaufe, dann sollte der mich doch nicht treffen können. Und dann? Ja, das ist die andere Frage. Also dadurch war ja nicht schlecht. Ich glaube, dadurch, dass sie ein Stück weit weg waren, haben wir die zumindest, wie die hinten hocken, nicht mehr alarmiert. Aber ich sehe ja auch den Scheiß, muss ich sagen. Oh, hier kommt man durch. Ohoho. Okay. Die sind richtig angry. Hey, du hast jemanden getötet? Nö. Eigentlich nicht. Es ist gerade verbleibende Feinde auf der Insel. Vielleicht ist es ja irgendwo runtergefallen oder so. Das wäre geil. Weil ich habe gar nichts gemacht. Hast du Stoff? Nee. Schatz. Ich sehe leider einen Scheiß hier. Auf meinem Zweitbildschirm sehe ich schon mehr. Aber ich will jetzt auch nicht rüberlunchen und über meinen Zweitbildschirm spielen. Ja, 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 ist sie. Hey, warum? Ah, doch, die kann man abbauen. Ja, Metallschrott, danke dafür. Der Metallschrott, der war genau das, wo ich hinterher war. Aber wo sind die denn? Die haben dich ja von links beschossen, ne? Das heißt, von den Containern da hinten. Hast du deinen Hunger im Blick? Ja. Oh, die Wasserflasche bleibt bestehen. Oh, das haben die jetzt geändert. Geil. Sehr geil. Oh, das ist ja pornös. Wow, das ist ein Gegner. Wo denn? Ich werde angegriffen. Wo bist du? Wo bist du denn? Okay, hab ihn. Ja. Und die Dinger sind wieder gespawnt, die Möbel. Oh. Und mich hat schon gewundert, warum hast du die Metallschrott nicht abgebaut oder wie die Möbel spawnen, einfach wieder zu fangen. Scheiße. Was los? Da kommt zwei. Auf den, schnell auf den, auf den Dings drauf. Nicht ein Scheiß. Hopp. Wo kommen die noch? Da hinten. Ja, okay. Easy. Ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Alter, ich treffe gar nichts. Es gibt's ja nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Sehr gut. Nochmal drei weniger. Holz und Leder bloß. Naja, immerhin Holz. Immerhin. Viel wert. Scheiß Bugenschützen. Oh, Alter. War das knapp. Ich bin so erschrocken. Wenn sie halt eine ablenken könnte, gell? So, warte, ich kann jetzt hier mal nah an die Mauer laufen. Vielleicht kannst du ihn ja dann treffen. Ja, ich hab hier einen Speer. Jude. Scheiße. Oh, Scheiße. Oh Gott, ja, okay. Ich werde jetzt von mehreren Seiten beschossen. Und bei mir geht das Leben langsam flöten. Ich hab noch Antibiotika dabei, ne? Zum Heilen? Also heilt das Lebenspunkte? Ja. Boah, das wäre mega. Eine erhebliche Menge. Weil ich hab, glaube ich, jetzt noch ein Fünftel. Ja. Weil die nämlich... Es sind sogar zwei. Ja, der eine reicht. Geil. Weil die tatsächlich durch die Mauer durchschießen. Ja, die sind halt unfair drauf. Okay. Kann sein, dass ich die später auch mal anhaue. Ja, äh, ich hab auch, äh, wie gesagt, wenn du Blutung hast, verbannt, gell? Hab ich. Mhm. Boah, ich bin, also, witzigerweise, ich bin schon so ein bisschen gestresst. Ich merk's schon. Ich glaub, ich geh nochmal auf die andere Seite und versuch... Hast du... Oh, du hast einen Kill gemacht. Was kriegen wir hin? Es dauert nur. Und am nervigsten sind... Oh, hier sind die Bogenschützen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Von rechts kommen drei. Lass mal zum Container zurück, schnell. Ja. 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 Ich hab dem Armbrustschützen aber zumindest zwei gegeben. Zwei Pfeile. Okay, okay. Master Float hat Bock. Okay, gut, dass wir kein Friendly Feiern haben. Ich hätte grad so dermaßen den Speer an den Arsch geschossen. Okay, da hinten ist noch einer. Der hat sogar Rüstung. Kommt schon. Jawoll, ja. Nur Holz, Alter. Ihr könntet echt mal... Von was ernährt ihr euch? Macht euch mal nützlich. Wir töten euch immerhin. Langsam müsste der Nahkampf doch hier ausgehen. Kommt schon wieder einer. Ja, besonders die Insel ist doch riesig. Die haben doch nicht alle hier in diesem Anfangsgebiet Dorf drin, oder? Boah, pass auf, der kommt auf dich. Mhm. Was ist denn das für eine rote Kiste hier? Das ist Metallschrott, oder was für ein Witz. Oh, er hat Vogelfleisch dabei. Oh, er hat Vogelfleisch dabei und Algen. Brauchst du was zum Essen? Hier, gleich. Wo ist denn der Typ? Puh, okay. Knapp. Da links ist der Typ. Ich renne da jetzt hin. Echt, willst du? Der hockt da hinterm Baum, ja. Schnapp mir den, Wichse. Habe ihn getroffen? Habe nochmal getroffen? Ist tot. Stark. Pass auf, rechts schießt noch einer auf dich. Oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich seh... Scheiße. Ich seh nicht, von wo die schießen. Brauche Antibiotika. Ja. Lass uns schnell hier hinter den Ding gehen. Ähm, das ist... Ach, das lädt ihr über Zeit auf. Hm, okay. Na ja, aber... Wir haben schon mal die Hälfte getötet fast. Progress ist da. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn wir es jetzt nicht schaffen... Ähm... ...sollten, haben wir zumindest... Oh, der hat mich voll erwischt. Einiges geschafft. Boah, krass. Direkt Blutung. Wo hockt der denn? Da oben auf dem... Pingeln wäre noch geil, wenn es gäbe. Hm. Wenn man in dem Spiel pingeln könnte. Der ist rechts oben auf dem Ding. Sag mal... Ach, du hast den nicht gelootet, den Dunkel. Schade. Nee, ich bin weggerannt. Weil ich fast gestorben wäre. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ist der da auf dem Wachturm oben drauf? Ja. Oder wo ist der? Habe ich ihn getroffen? Warte, da hinten. Okay. Der ist... Den haben wir gleich. Jawohl. Stark ist tot. Er ist gleich weg. Sehr gut. Okay, ich hole mir den... Ich hole mir den Loot von dem Dude links, den du vorher gekillt hast. Kommt wieder einer mit Bogen raus. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, da ist links einer, gell? Ja, ja, ich sehe schon. Ach so. Habe ihn. Sehr gut. Ich versuche es noch mit dem Loot. Holz, der ist... Ja, gut. Wo ist denn da noch einer? Ja, der steht... Der steht doch bei den anderen. Wenn der kommt, dann... Oh. Oh, da oben ist er. Kann ich den treffen? Wenn der kommt, haben wir drei am Arsch. Ich renne auf den Wachturm hoch. Ich kann halt leider nicht durch das Holz schießen, ne? Das ist... Ja, ja, aber die schon. Das ist super ätzend. Ja. Oh, fuck. Der hat eine Armbrust. Vorsicht, dass ein Armbrustschütze... Und... Bogenschütze, alter. Fuck, macht der Schaden. Ja, und die Armbrust... Äh... Sorgt meistens auch für eine Blutung. Oh, scheiße, scheiße. Jetzt habe ich einen riesen... Hier, du kommst hier durch. Du kommst hier durch. Wo? Hier, wo ich bin. Komm zu mir. Da können sie ihm auch durchschießen, durch diese Lücke, gell? Mhm. Wir aber nicht. Ich packe jetzt mal ganz kurz den Metallschrott weg. Oh, Junge, 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 Junge. Und immer schön Krebs sammeln. Mhm, bin dabei. Holz behalte ich mal da. Leder brauchen wir nicht. Stoff auch nicht. Glas brauche ich gerade auch nicht. Verband habe ich. Ähm, Krebs habe ich. Ja, sollen wir jetzt schnell die Meerlinie jagen? Können wir machen. Dann haben wir zumindest ein bisschen Dingfleisch da, weißt du? Oh, Entschuldigung, ich dachte, du sitzt... Und da kannst du dir auch so Schwimmflossen basteln. Mhm. Ja, das ist schon abenteuerlich. Meine Güte, wir verbringen da schon 20 Minuten damit, gell? Ja, schon mächtig. Aber man kommt auch kaum voran, weil... Ah, Bogenschützen, Armbrustschützen sind die Schlimmeren. Oh ja, mein Guder. Oh, what? Oh, das ist ein Hai. Da ist ein Hai. Oh, joi, 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 joi. Wo ist unser Boot hin? Über uns. Über uns. Ich bin tot, ne? Scheiße. Nein. Floki. Was mache ich jetzt? Heimfahren. Oh, ich bin in der Nähe gespawnt, alles gut. Okay. Ich habe zufällige Wiederbelebung gemacht. Ich habe dem Hai auch zwei Schläge gegeben. Ja, ich auch. Aber ich weiß halt nicht, wie viel der schluckt. Das ist halt ein großer Weißer. Okay, pass auf, wir fahren zurück. Ist schon wieder da. Ich habe vier Steaks, also. Ja, er ist unter uns. Bist du da? Ja, der hat mich auch schon angegriffen. Hast du deinen Loot? Ja. Okay. Also wir haben zumindest... Wie viel bringt denn das? 15 bloß. Boah, ist echt nicht viel. Scheiß Marlin-Wächter. Ich habe eine Marlin-Haut, ne? Ich brauche drei von dir. Ich habe zwei. Oh. Aber wenn man sich das mal so anguckt, unsere Rüstung, also mein Schrotthelm ist zur Hälfte down, meine Skimaske ist komplett im Arsch und meine Schrottrüstung hatten, ja, sind auch schon ein bisschen was verloren. Ja, 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 bei mir auch. Ähm, soll ich dir die Marlin-Fisch-Haut, also, geben? Kannst du machen. Lass uns doch jetzt nochmal, nachdem wir so ein Teil eingenommen haben, wenn wir über links oben gehen, dann kriegen wir doch den Dude, der da sitzt, hinter dem Palisaden. Weil jetzt sind zumindest zwei Bogenschützen weg, weißt du? Ja. Sollten wir auf jeden Fall probieren. Weil jetzt vorne reinzustürmen, da sind Haufen Nahkämpfer, da stehen die Bogenschützen und Co. Ja, voll. Schwierig. Da unten, ist das der Armbrustschützer am Baum? Ja. Okay, habe ich ihn getroffen? Wenn man es halt null einschätzen, wie hoch ich zielen muss. Äh, tatsächlich, beim Zielkreuz, unten, also bei diesem unteren Strich, wenn du ihn da oben hast. Hat das Sinn gemacht, was ich gerade jetzt sage? Ja. Achso, du schießt aus der Hüfte? Ja, ja, ich finde das andere völlig nutzlos, das mit den Zielen. Also völlig nutzlos. Okay. Okay, ich gehe nicht rein. Oh, der Container ist auch wieder gespawnt. Oh, das funktioniert gut mit dem Kreuz aus der Hüfte. Hab ihn. Hab den Armbrustschützen unten. Ich habe noch einen Bogenschützen. Ich habe den Bogenschützen von der Mauer. Okay. Der ist tot? Ja. Oh, ich habe einen Energydrink gefunden. Wow, okay. Ist noch ein Armbrustschütze im Busch. Ne, ist ein Bogenschütze, okay. Oh nein, er hat mich. Boah, bei mir wird es jetzt dann langsam ein bisschen ungemütlich. Jawohl. Ich habe noch einen Armbrustschützen ausgeschaltet. Sehr geil, sehr geil. Okay, ich werde jetzt von Bodentruppen gerade angegriffen. Ich glaube, da komme ich klar. Denkt dran, also der Loot bleibt immer 10 Minuten, gell? Mhm. Und wir sollten schon schauen, dass wir den holen. Scheiße. Oh, fuck. Ich bin irgendwo angeschossen. Boah, jetzt bricht gerade die Hölle so ein bisschen über uns rein wieder. Ja. Jetzt kommen nämlich die, jetzt kommen die aus dem zweiten Ring. In den zweiten Ring. Schusswaffen. Schuss, ja. Oh, fuck. Da ist jemand hinter mir. Ich bin auf dem Turm oben, aber ich komme gerade nicht runter, weil ich bin von drei Leuten umgeben. Okay, einer ist down. Scheiße. Och, come on. Die dodgen aber auch. Wirklich großartig. Zwei tot. Aber schießen die auf dich? Wie weit bist denn du? Nee, ich bin immer noch hier an der Mauer. Guck mal, ich bin hier drüben. Auf dem Hügel, wo wir vorhin waren. Mhm. Und der schießt von... Ah, von ganz weit hinten. Krass. Ich glaube, das siehst du von da aus gar nicht. Okay, ich habe meine Jungs auf jeden Fall gekillt. Aber stand es nicht auch in der Beschreibung, dass wir Weitschusswaffen brauchen? Ist ein Bogen keine Weitschusswaffen? Oh, scheiße. Oh Gott. Ja, lang... Ja. Oh, da kommt schon wieder ein Bogenschütze. Und zwei mit Sperren. Ich komme jetzt mal zu dir rüber. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ja, bei mir sind drei mit Sperren um mich herum. Und wenn du einfach ein bisschen Feuerschutz von der Seite... Vier mit Sperren. Ja, ich probiere es, weil das letzte Mal, als ich da war, wurde ich halt... Okay, der hat was essen dabei. Wurde ich halt direkt beschossen. Und das ist, ja... Ich glaube, den habe ich gekillt, der mich beschossen hat. Ich komme jetzt einfach mal. Oha. Oha, ja, der schießt auf mich. Boah, spinnst du, der hat mich getroffen. So ein Wichser. Da wird safe von uns jemand sterben, wenn wir da in der Richtung unterwegs sind. Okay, einer ist down. Boah, das ist gerade schon spannend. Taugt mir aber. Okay. Was machst du gerade? Ich helfe dir. Ah. Ich helfe dir von hinten an. Stabile. Hat nicht so erfolgreich mit dem Bogen. Ja, die haben aber auch Rüstung. Okay. Wieder einer tot. Noch einer. Oh, da ist jemand mit Bogen. Da ist jemand mit Bogen. Ja, ja, der ist gleich... Ja, ja, du kannst da nicht reinrennen, Junge. Ja, der Typ mit Bogen ist tot. Schön. Ja, bei mir sind auch alle down. Hier ist auch noch einer mit Bogen. Die haben alle nur Stoff dabei, gell? Nein. Du bist tot. Ja. Scheiße. Das lief so gut. Aber ich habe halt auch bald kein Holz mehr. Das ist das nächste Problem. Ja, gut. Aber draußen wachsen ja Bäume. Also halt so in der Ding-Gegend, in der Strand-Gegend. Mhm. Hello. Hello. Okay. Ja, nahrungstechnisch ist es halt immer so ein bisschen kacke. Jetzt wird es auch noch dunkel. Ey, der schießt gerade nicht auf uns, oder? Nee. Nee, aber auf mich. Du gehst da auch immer direkt rein, wo? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Also ich glaube halt, ich überlebe halt keinen weiteren Schuss mehr. 13 Feinde nur noch. Aber ich verblute. Du blutest? Ich habe hier. Komm her, komm her, komm her. Ich bin unterwegs. Ähm. Hier. Okay. Dankeschön. Warte, ich gebe dir gleich noch einen. Oder warte, ich mache mal noch, weil die kosten nicht so viel. Machen wir noch zwei, dann teilen wir die. Schwupps. Und dann schmeiße ich dir noch zwei hin. Mhm. Dankeschön. Okay. Ja, den ersten Ring haben wir ja eingenommen, Bruder. Ja, eigentlich schon den zweiten. Ja, stimmt. Wenn man den Strand als ersten bezeichnet hat, ja. Da sind nur noch zwölf übrig, aber der eine ist sehr stark bewaffnet und es ist sehr dunkel. Ja. Was versteckt sie in der Waschmaschine? Stoff. Ja, das hätte ich mir denken können. Greifst du jemanden anderer? Nee, mich liegt irgendjemand. Ja, rechts oben. Nee, vergiss es, Floki. Da kommen wir nicht durch. Besonders wir finden hier auch... Ich habe ja eigentlich gehofft, dass wir irgendwie so hier Sachen finden, die uns heilen, aber... ...gar nichts in der Art. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass wir so hier Sachen finden, die uns heilen, die uns heilen, die uns heilen, die uns heilen, die uns heilen.